Klopf, klopf und hallo. Ja, ich wollte euch mal zeigen, wie das aussieht. Ich habe ja diese Transparenzsticker auf der Messe gekauft, auf der Kreativ-Treffmesse von Ideen mit Herz und habe diese transparenten Sticker dort entdeckt und da habe ich jetzt Windradfolie genommen und habe von zwei Seiten die Sticker draufgeklebt, mit Nylonfaden festgemacht, das fällt kaum auf und das so als, wo ist er denn? Das so als kleine Deko hier an unserer Wohnzimmerlampe. Oder auch am Fenster. Mal schauen. Bis dahin!